Ich habe ihn mal auf Schweizerdeutsch angepasst. Bist du im Handy? Und? Nee, ich bin nicht am Handy. Warum? Steck dich kurz. Oh! Oh! Wirklich? Ey, Bruder. Ey, meine Brille. Sie ist noch krass. Ey, blutig. Zeig mal, komm mal her. Ey, ich habe nur gesagt, streck dich, ey. Ja, ich habe mich gestreckt. Ja, wenn du mich nicht magst, dann. Nee, ich habe mich halt gestreckt und mit dem Arm habe ich dich dann. Entschuldigung. Oh, meine Brille. Hier ist deine Brille. Ich habe sie, ist alles gut, danke. Sorry, man.